Ab dem 1. September 2016 ist diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Hochparta-Wohnung liegt in Münster. Die Wohnung wurde 1999 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Tiefgaragen-Parkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Hochparta-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Hochparta-Wohnung beläuft sich auf 742 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.